Er war's, ich weiß das. Ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren. Und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihnen das Blut runterläuft. Ich kenne diese Art, Mann. Der kleine Mann. Der kleine Mann voller Angst. Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Einfach machen. Sonst funktioniert es nicht. Zumindest bei mir ist es so. Sag mal, hast du was zum Anziehen? Der darf jetzt nichts mehr daneben geben, klar? Ich weiß nicht, ob ich dir noch vertragen kann. Ich glaube nicht, dass du eine Wahl hast. Passageier. Und dann Cara hier in eine Luigi. Das ist ja auch einig.